hallo und willkommen zu einem neuen minecraft projekt ein nebenprojekt ich dachte was könnte ich denn so aufnehmen und dann habe ich bei uns für mich entdeckt denn ich dachte mir so montags immer nur heidens sieg ich weiß nicht wenn ich thema ansprechen will dann habe ich sky bei uns entdeckt und ich freue mich zum ersten mal auf den server mit euch geht hier ich glaube es war nur am anfang kurz laut so ich werde hier spielen es ist einfach die server oder select the world aha okay dann nehme ich ich müsste ich nice nehmen eigentlich müsste ich nice nehmen aber ich nehme first weil ich zum ersten mal hier drauf bin pvp so und dann müssen wir island new leute jetzt wird eine welt generiert und dann fangen wir an ich spiele jetzt so einfach und schneid es dann so zusammen hier stehen immer challenge englisch bin ich gerade der beste in englisch aber die challenge krieg schon hin das heißt einfach den baum ab fällen ist somit level und pvp gibt es ja auch ach du heilige hier runter machen wenn man level abgekommen ist dann kriegt man hier so eine kiste da ist ein knochenmehl okay mit ruhe da kriegt man immer so eine truhe geschenkt und da sind dann items drin dann seht ihr da rechts stars das ist die währung denn hier gibt es auch ein shop also markt da kann man dann dinge kaufen und verkaufen ziemlich cool jetzt gucken wir mal was die nächste challenge ist ahja ich soll mir ein kit aussuchen okay geben mir schräg schräg kit noob oh wir haben wieder was bekommen richtig cool ich gucke mir das natürlich gerade alles erst an deswegen seid nicht zu streng mit mir ihr könnt mir gern tipps in die kommentare schreiben und alles gucken wir gleich was die nächste challenge ist zwei setzlinge ich würde mal sagen bevor obwohl ich mach das noch kurz hier einer hier und nächstes level das geht ja wie ich glaube ich renne mal lieber nicht ich hab noch kein essen ich hab noch kein essen also rennen wir lieber nicht die R oh das heißt wir müssen einen generator machen so den baum haben wir weg das habe ich auch ein bisschen vergrößert mache aber gerade weiter dann sind wir jetzt kurz davor koppel stone generator zu machen geht das auch noch weg oder muss ich da nachher hoch gucken wir erstmal was die nächste challenge ist die nächste challenge 64 cobblestone sollte ich abbauen also gut und und zack so dann baue ich mal 64 ab und dachte mir ich mache mir gleich eine steinspitzhacke und dann mache ich gleich weiter so alter das zeug fliegt hier raus wird nachher sowieso alles ähm ja getreide und so'n scheiß oh ach seht mal die spitzhacke kann auch ähm level up werden ok ich habe wohl wieder etwas geschafft das ist extrem laut das ist so schlimm oh keine kiste aber ich habe doch die challenge geschafft heißt es man kriegt nicht immer etwas aber wir können mal gucken was die nächste challenge ist craft a stone pick stone axe ok alles neu craften jetzt machen wir erstmal die quest und dann tue ich den baum weg auch fackeln habe ich jetzt auch das ist praktisch hallo willkommen challenge time nun ahja ok lass mich raten ich muss den ofen machen also groß muss die insel ja nicht werden ich brauche nur mein hütchen und all diese farm sachen was eigentlich nächste challenge ahja genau stimmt ja wenn man sich verliest dann kann es nicht funktionieren das ist äh mal ganz klar wir fehlen noch ein bisschen ok 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 ich soll mir was vom markt kaufen das kann ich euch jetzt zeigen das ist richtig cool rechts geht zum markt kann ich euch jetzt zeigen wie so das ist der markt am besten hole ich mir ja ok ok ich habe kein geld mehr ich hätte das weizen gar nicht kaufen müssen egal habe ich es schon ich veröre mich gerade in diesem baum leute und ich weiß was ich nach dem baum auf jeden fall zur pvp also was ich pvp mache dann gehe ich mal Apfel nehme ich mit vielleicht finde ich irgendwas wir sehen uns jetzt gleich beim pvp ok leute hier sind lauter dia leute die da da möchte ich nicht hin ach du heilige ja nicht witzig ich gehe woanders hin wow ich möchte nicht sterben komme ich wieder zurück gehe ich da jetzt hin mir ist gerade aufgefallen dass ich keine Spitzhacke dabei hatte ja jetzt habe ich eine Spitzhacke dabei bin pvp gebiet oh gott ein pisser wo ist der ey ne oh ne jetzt bin ich vergiftet ah shit ach und tot ja geil alles verloren ist das doofe äh wenn du da alleine hingehst äh besonders ohne Zeug der wartet nur bis ich gehe jo ein kill habe ich gemacht scheiße äh nächster Versuch ey komm was geht bei denen pvp langsam habe ich Spaß dran pvp immer wieder gehe ich da hin pvp 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 ich werde jetzt noch einmal ein bisschen koppelstone formen und dann werde ich noch einmal pvp probieren ob ich da irgendwas hinbekommen koppelstone kann man glaub auch verkaufen wie ich weiß ich werde das projekt immer so eine stunde aufnehmen und dann zusammenschneiden zum 10 minuten video perfekt ich glaube ich kriege wieder level wenn ich die challenge nochmal mache kann das sein stehe ich gleich wo war ich ja vielleicht streame ich das auch manchmal weiß ich noch nicht ob ich das vielleicht zum streame und dann versuchen wir noch einmal zu kämpfen leute geil diese folgt ihr leute wurde ausgerüstet als müsstest du jetzt wirklich hier erst volle krippen probier es jetzt mal da drüben hab ich da mehr glück jetzt ist da niemand ach du heilige jump and run versaut du saumann jetzt glaube ich es aber noch dass mich da einer weil ich zu dumm bin jump and run zu machen mich da einer runter wirft ah einmal wieder kämpfen richtig mach auch kaputt so da war er penner ach gott was mach ich denn ach gott was mach ich denn wirklich denken ich geb einfach so auf dann seid ihr sowas von falsch hier leute abzuschlachten die keine level haben peinlichkeit pur junge ihr mit eure vollen glaubst du ja wohl nicht alles nur gold ist jemand ich bin grad weiter ich finde mal da hinten was ja Gott sei dank Gott sei dank oh scheiße egal ja ok weg hier ich muss ganz schnell weg ich hab 14 Eisen Leute ok ok das ist gefährlich was ich mach ja Leute 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 wir hätten noch was geschafft ok damit verabschiede ich mich was bringt ein Prismarin sagt mal was Prismarin bringt schreibt es in Kommentare und ja also morgen kommt keine Folge am Donnerstag könnte ich eine nächste Skybones Folge bringen schreibt es in Kommentare wenn ihr eine Skybones Folge noch sehen wollt dann tue ich am Donnerstag aufnehmen am Mittwoch kommt Fight Club wie immer also wie immer als Fight Club kam schon eine Weile nicht mehr für Mittwoch dann Fight Club und Freitag mal sehen was da kommt seh ich dann lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat abonnieren wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und tschüss bis zum nächsten Mal